Sooo, dann ist hier noch ein NPC, wo wir hin müssen. Ah, ok. Quest habe ich geschlossen. Neue Quest. Die Späterdichter. Hier schon wieder eine Quiz. Mal gucken, wo der uns hinhaben will. Jetzt reiten wir mal. Das wird bestimmt schneller gehen. Ah, Dragon Hill. Was ist denn mit der Farbe los? Ekelhaft. Ah, ok. Ne. Hält nach dem Gegner. Da können wir noch nichts machen. Oder sollten wir mal absteigen? Mal gucken. Ne, der kann noch nicht rein. Guck mal auf der Karte. Der hellenhafte Wegbegegen. Gucken wir mal auf der Karte. Reiten wir mal hier hoch. Reiten wir mal hier hoch. Wie ist das? Ach, das ist ein Lager für euch. Da. Nein. Ach, geht's. Da. 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 Das nervt immer. Diese olle Scheiß-Tasche! Wie der Scheiß! Was man extra wegklicken muss. Irgend so ein Kampfplatz. Dann reiten wir weiter. Ich bin schon am Ende angekommen. Dann reiten wir wieder zurück. Die Wagonhills. Und guiden wir da mal hin? Ups Ah, mal geradeaus Da lang Ich frage mich, was das sein soll? Da ist so eine hellenhafte Begegnung Das ist so schreckend Den FIN Super Du bist das Ja, das ist gut. Das war's. Zeit abgelaufen So Gehen wir weiter gucken Da kommen wir nicht rein Schein wohl Grabsteine und sowas zu sein Aber Ah Ne Doch nicht Hä Schmieren Schmieren Aber wir Ja Das wird's wohl sein Hm Äh Oder folgen wir mal den einmal hinfahren Schmieren 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 das ist einer von mir ja Das sind Ruinen. Die wir aber nicht nutzen können. Aber ich müsste mal gucken. Hier ist wieder so ein Kampfplatz, so ein heldenhafter Begegnungsplatz. Sieht aus wie vom LOL. Elul. Elul. Oh, Wasser. Ich will da rein. Ach, wie habe ich wieder Ende erreicht? Was sitzt denn da oben? Drachen. Dann reiten wir mal hier hoch und gucken wir uns mal die Sachen erneuer an. Ah, klar. Das ist gut. Das kann man hier hingehen. Da leuchtet wieder was. Das können wir nicht nutzen, war klar. Ja. Das kann man praktisch. Das kann man alles wieder aufbauen. Ja. Ja. Aber da war ja... Das eine Strom holt es wieder raus. Katalog. 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 Okay. Können wir noch nichts machen. Scheint so ein Turm zu sein.